Willkommen zu einer neuen Folge von VideoQuest. Heute haben wir die Quest Dekontamation. Da müssen wir bestärkt den Sanitron 500 und lasst euch die Kontaminierung. Das machen wir doch gleich mal Quest-Annehm drücken. Jetzt müssen wir hier oben an sein Gerät. Einfach in Zeige drauf, dann seht ihr den Pfeil. Mit rechts einklicken. Und schon hat der Dekontamationsprozess begonnen. Das sieht jetzt nicht unbedingt angenehm aus muss ich sagen. Wir sind jetzt eigentlich fertig. Quest beenden. Der nächste Quest ist dann zur Oberfläche, also kommen wir dann mal aus dem Punkt raus. Aber wie gehabt, das wird in der nächsten Folge behandelt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Danke, tschüss. Tschüss. Tschüss.